Das dunkle Moor! Diese Hurensohn-Blume! Diese Hurensohn-Blume! Du weißt, dass das Sohn giftig ist? Nein! Das ist nicht giftig! Ich guck, dass sie 10 Uhr Leben haben! Das ist nicht giftig! Nein! Wie viel Spiel hat das Level? Wie viel Level hat das Level? Weißt du? Wie viel Level hat das Spiel? Ich sag das auch noch mal! Wie viel Spiele hat das Level? Ähm, da oben ist irgendwas! Aua! Ist der gestorben, weil er da runtergefallen ist? Ganz scheinbar! Und ich muss echt sagen, danke, dass du mich grad mit dem Kopf gegen die Stacheln geschubst hast! Bitte! Ich weiß nicht gleich, ob du eine Aufnahmepause machst, wenn ich runtergehen muss, weil ich muss gleich kurz was helfen! Hier oben sind noch Erfahrungspunkte! Aber... Hier oben sind noch viele Erfahrungspunkte! Die krieg ich hier nicht alle! Das kann ich euch jetzt schon sagen! Ja... Ah! Ich kann jetzt Sabara spielen! Weil Curry... Äh, Tokar... Ne! Ah! Wenn du auch laden musst! Vielleicht fertig! So, den Eimer, den Eimer! Hast du? Oh! Noch nicht alle! Hier sind noch viel mehr! Ja! Aua! Oh fuck! Pass auf! Dass nicht die Augen abkratzen! Er kommt! Wie komm ich jetzt an? Die Pflanze? Ja warte! Ach so komm ich da dran! Och ich Idiote! Okay! Machst du alles! Nein! Eine fehlt noch! Okay warte! Da bin ich! Alter! Pass auf was du hier machst! Leute! Könnt ihr mich auch hochholen? Er ist hier gespawnt! Freierkraft! Los hol! Okay! Ach nee! Danke! Da muss ich mich da nämlich nicht mehr hintrauen! Warte mal! Wir sind fertig hier oben! Was? Ich muss den Kratier zurückholen! Muss ich nicht! Muss ich nicht! Muss ich nicht! Ich glaube ich brauche nicht! Ne! Glaube ich auch! Ich würde auch wieder zurückholen! Das war ja die Erkennung bei ... Nein, muss ich nicht! Muss ich nicht! Du kannst dein Schülvings noch umhalten! Du kannst dich jetzt noch umhalten! Du kannst dich jetzt auch umhalten! Kann ich das tun? Kann ich die Pflanze eigentlich einführen oder so? ich weiß mein charakter ist irgendwie überflüssig muss ich sagen ich baue dir eine treppe aus eichelholz eichelholz was ist denn das war scheiße doch einfach auf den kopf da hat doch gar kein interesse ich gehe mal hier hin hier ist nämlich noch eine kiste und hier ist auch noch erfahrungspunkte ich hier hoch hier sind auch noch erfahrungspunkte leute da komme ich nicht dran wo denn ihr müsst hier um diesen weg entlang springen für diesen nicht gar nicht wie ich auch mal hier eine kiste macht gerade so eine blöcke okay das behauptet der hochkommen können jeden Tag Prozent der drüben du wichser woher in der Welt kein ehemal anstrengend ja so klar da müssen wir ich mache einfach die Kiste bestätigt drauf ja hatte ich auch so gedacht immer das begleitet ist mein freund einfach nur beobachten okay was machst du da ich habe keinen zweck deswegen habe ich das stein kaputt wir sind das Leben verloren ja komm dir geh hoch warte ich helfe dir er hat das kaputt gemacht Junge ich wollte dir helfen komm stell dich drauf boah das kleine Ding die ich festhalten kann unmöglich geh mal ein bisschen weiter na hier oben ist Erfahrungspunkte oh Junge komm da aber nicht hin das ist mir egal komm hoch ja super komm hoch oder hol dir einen runter oh Jan was soll das ich wollte oh Jan ey oh Jan hör auf mit dem Kackmann Junge du machst das immer auf meinem Kopf was soll der Kack o schlichte Bestandse mich am Rupbaum erweiter vor lange weinen mit Bauer voll in die Fresse bekommen da jetzt ne Brücke ne aber schlicht aber ja schöne Brücke wow ich hab's gleich Prezision 2000 ihr seid witzvoll Junge ich hab dir hochgeholfen du bist untergesprungen an die Kiste und helf mir da oben hoch da muss ich hin Jan hier warte ich helfe dir warte sag da und könnt weitermachen er hat sich doch getötet ich will nicht leben ich mach das Aua voll drauf gelandet okay ich bin tot was wollt ihr mich verarschen da vorne ist das Ding zum heilen gehen ja aber da steht noch ein paar ja kannst du nicht hinspringen aber ich will es episch aussehen lassen das sieht eher dumm aus muss ich sagen so als ob du voll die Pussy wärst so als ob du voll die Pussy wärst so als ob du voll die Pussy wärst unepisch du scheißt sein Hintern und das mag schon was heißen Junge sein Hintern ist nicht episch so als ob er herrscht so als ob ich kann die Woche helfen wenn ich dich hoch trage mehr kann ich für dich leider nicht machen okay okay Ja, unten ist so ein Lüftungssystem, was du mal umleiten musst, dann können wir da alle... Ähm, hallo? Was ist hier an? Ich hab ihm auch geholfen. Was für Lüftungssystem? Ja, da unten, rechts. Im Wasser. Huiiii! Alter, es gab auch immer noch. Noch mehr magisches Wasser. Vielleicht kriegen wir Riesen-Erdbeeren. Ich frage mich, wie das Wasser das fertige... Meine Rede ist über Erdbeeren. Hilfe! Ähm, ich muss das dann wieder nehmen. Ah! So, egal, wer was du nimmst. Ja, shit. Huuuuh! Oh, und das andere jetzt so, dass es hier wieder nach oben geht. Ja, ich weiß. Ja, toll, ey. Kaputt gemacht. Was soll ist das? Es ist da gerade auf mich gefallen. Wie geil. Kriegst du's hin? Ja. Das ist falsch. Wenn's mal kleben würde... Shit. Oh, nein! Nein! Oh mein Gott, ich brauche mir bald diese Dinger hin. Shit. Das ist nicht richtig. Ja. Oh, wie geil. Okay. Schaffst du's? Nein, der buggt mich gerade. Okay. Weeeee! Junge, hau nicht dagegen! Das geht nicht kaputt durch meine Kraft. Ich bezweifle mich, dass das richtig ist. Ich bezweifle es nicht. Okay, damit zweifelst du es nicht. Aber ich bezweifle es. Aber der Strahl, der kommt nicht so hoch. Okay, es sieht falsch aus. Vor allem, weil ich ja hier oben noch die Brücke... Ne, ich mein, guckt euch das ja. Ja, aber weiter kann ich nicht machen. Ich kann eventuell dann nur noch nach rechts machen. Mehr nicht. So. Oh ja. Oh. Oh. Weib, geh in die Küche. Vielleicht hält das jetzt die Brücke oben. Nein. Nein. Das war eine gute Idee, aber... Schlechte Umsetzung. Komm, Jan. Ne, das schafft die Dieben. Ja! Weil sie nicht so fett ist. Er muss so nicht in die Küche holen. Es sei halt halt so episch aussehen, so... Vorm Abgrund stand du sie. So, komm der Toch hoch. Geht einfach weiter. Geht weiter. Hey, wie... Ganz ehrlich? Aber regulär muss das doch irgendwie gehen, also so... Nicht. Warte. Hier hab ich die Fassen gegossen hab, ohne den scheiß Magier. Das war ein Dinger gleichzeitig auslösen ohne Magier. Und der Fetzer hat bei einer Behinderung hast du Hilfe. Halt die Schnauze. Ist wahr. Ja, er kann halt nichts. Du hast es gerade wieder in die andere Richtung gehen. Der Fetzer kann halt nichts. Das ist Amadeus, mein Nanno. Ja, das ist ja das Problem. Er kann nicht. Müsst du noch mal gucken, weil beim ersten Durchlaufen hier noch Etim... Äh, Manner, aber jetzt nicht. Doch, wir sind irgendwo der Magier. Magier? Nee, gibt's nicht. Aber ich find die Wassereffekte schön gemacht eigentlich. Eigentlich find das super... Ich find das auch schön gemacht, dass der... dass der Ritter nichts kann. Ah, Jan, was geht? Hey. Du schwecken? Ah, scheiße. Nein. Jetzt nicht mehr. Oh, ja, mein Gott. Gottes Willen. Aua. Danke, dass du's das Ding anknallt hast. Bitteschön. Schaffst du das alleine? Ja, ja. Nicht du. Ich mein Tod. Ich hab mir den Kopf gestoßen. Danke, Turkei. Ey, ich lieb von dir. Ja, muss ich auch mal machen. Ich mein, wenn du's die ganze Zeit bei mir machst. Oh, ey, das hat mir voll den Arsch verkokelt. Ja, ich will fast kein Leben mehr. Tu mal das Ding da weg. Ich wollte... Tu mal hin, nur nicht hier runter. Zauber das mal weg. Zauber das mal weg da. Ja, geh. Ja. 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 Du hast jetzt überhaupt noch einen getötet, oder hab ich die jetzt alle gemacht? Ne, den hab ich gekillt, alle. Du hast gar keinen gekillt. Du bist ja weggerannt. Du hast keinen Nützenkennen. Das sowieso nicht. Das war mir aber auch schon vorher bewusst. Ich bin der einzig Wichtige hier, nein? Irgendwie ja schon. Und dann hier die Dieben. Oh, scheiße. Ah, ich bin Amadeus, alter. Ich hab nicht gesagt, der Dings ist cool. Nein, das hab ich nicht. Der Magier ist immer nur scheiße, finde ich. Aber ich behalte ihn, er ist cool. Amadeus, Amadeus. Amadeus, Amadeus, Amadeus. Irgendwie komme ich da nicht rüber. Seid ihr schon alle drüber? Wie seid ihr? Wer habt das gemacht? Warte mal. Geht das vielleicht? Wir müssen die aber zweimal umleiten. Dann zieh das Ding da. Ja, aber der muss jetzt auch noch runter. Wenn der nicht wieder wegrennt würde, ne? Ich mach nur kurz hier Safe Point und so. Was wollt ihr denn? Da unten gießen. Was so? Ih, Wasser! Äh, weg damit! Wirklich, die Kamera ist mal wieder auf mich haben, danke. Ne, es geht nicht nur um dich, ja? Oh, ich hab auch ein Gäste gefunden. Egoismus pur, yeah. Ey Leute, sucht mich, wenn ihr mich finden könnt. Nö, kein Lass. Ich weiß, wo du bist. Ich kann dich finden. Ich hab deine Telefonnummer. Oh shit, oh nein, das... Oh nein, Katty, weißt du noch, wo ich durch die Pflanze geflogen bin? Ach so, ja. Wie ging das nochmal? War das wirklich einfach nur springen? Ja, bei mir nicht. Ja, stimmt, du bist halt durch die Pflanze gestackt. Ah ja, ich hab ne Idee. Ja? Bloß knus? Ja. Oh Gott, nicht da... Oh, wer bist du denn? Oh cool, ich werd gespawn. Ein kleiner Kobold ist da vor uns. Ja, mach mal. Kannst du mal aufhören, hier Knochen zu... Oha, wann... Hör mal ab, Gary. Er ist so stark, er ist so mächtig. Ich weh ab. Ja, ja, ich kann... Verdammte Scheiße. Ich kann abwehren, Bitches. Das magische Schild von... Ja, stirb, du hast meine Mutter gefügelt. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ich has lange genug ausprobiert. Ruh mich wieder an. Curry, Tokai, Tokai, bitte. Bei der Macht vom Schild des Frostes ist eventuell... Ich kann nichts machen, Mann. Ich kann nichts machen. Bei der Macht des Frostschilds. Ich bin Knochenbrecher, nee, nicht. Ich bin Knochenbrecher. Nee, er hat immer nur auf mich drauf gemacht. Alter, wir sind die Leute nicht mehr. Hey, ich wollte hier auch krammeln. Oh nein, oh nein. Was ist hier los? Das ist jetzt ein ganz Lieblingsspielzeug. Wussch. Das ist jetzt so scheiße, das ist jetzt... Weißt du, wie scheiße das war, als hier doch überall diese Erfahrungswut rumlachen. Ich glaube, da oben ist wieder was, ne? Da oben ist wirklich wieder was. Ich will nicht sterben, Leute. Ich bin unnütz, aber ich habe meine Kartoffeln und die mögen mich. Was cool ist, als ich das zum ersten Mal gemacht habe, sind wir nicht verteidigt. Du verreckst gleich, Alter. Schön. Ähm, da ist auch noch mal was, Leute, über euch jetzt gleich. Das ist schön. Ja, ja, ich mach das schon. Ja, ja. Boah, das war knapp. Ja, ne? Und tschüss. Du bist so ein Bauernkind, ne? Das ist viel lustiger bei uns. Oh, langweilig. Ich wollte das Ende machen, das ist voll geil. Oh nein, jetzt kommt das Spiegellevel. Oh nein. Ja, da haben wir auch... Geil. Oh fuck, ich hasse das Level. Da haben wir auch gehört, das kenne ich nur. Ich glaube, so ein... Also... Das Level habe ich sogar zu Ende gemacht. Weil ich hasse es. Spiegellevel for the win. Ja, du hast ja so... Oh, das ist... Kompliziert. Ja, spoilern mich bitte nicht. Das ist kompliziert. Ja, das siehst du jetzt sofort am Anfang. Ja, ich... Ich muss eh nichts machen. Ich muss euch nur lassen und... Ja, das ist der Vorteil einem Ritter, weil du bist einfach nur ein Spur für Kampf da. Du... Du musst einfach nur draufhauen. Ich muss einfach nur da sein und grinsen. Fuß einfach nur draufhauen. Ich bin... Und dann, und dann, und dann, wenn es heißt, wir haben die Welt gerettet, muss ich nur winken. Ja, Leute, ich habe alles gemacht. Ich war dabei, ich habe die meiste Arbeit gemacht. Was hast du denn gemacht? Für mein starkes Fett. Offensichtlich ist dies das Heim einer Hexe. Der versteinerte Boss. Was? Von... Von Tuckas Mutter? Von Tuckas Mutter? Von Tuckas Mutter?